Die sich freut, Sie nun gelegentlich von dieser Stelle zu begrüßen. Guten Abend. Ja, ein Projekt für Jahre. Wir werden das verfolgen, wie ohnehin das ZDF die Arbeit der Stiftung seit Jahren begleitet, etwa mit einer Langzeitbeobachtung über die Wiedererrichtung der Museumsinsel. Tiefer Einblicke gibt es deshalb auch in einem 15-minütigen Film zum Thema, den wir sehr empfehlen können. Sie finden ihn bei ZDF Kultur in der Mediathek. Lohnt sich ganz bestimmt. Ja, und das war es jetzt schon für heute von uns. Nachrichten gibt es hier im Programm wieder um 0.20 Uhr oder jederzeit auf ZDF heute. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Untertitelung des ZDF, 2020